So, hi erstmal und willkommen zurück. Hi! Ja, ich habe mir falsch überlegt, dass wir mal das ganze Shishi mal fertig machen. Also, ne, die Brücke und die Brücke. Oh, ich habe mir hier dunkel. Dann schnell schlafen. Ach, und ich wollte hier, ja, hier, ne, das auch mal fertig machen. So, äh, ich lasse das hier auch erstmal weg, weil wir ja hier noch einen Boden reinmachen wollten. Ne? Hopp, hopp, Steinchen, 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 Erde. Wohl eher. Aber wo war denn jetzt die Mitte? Weiß ich gar nicht mehr. Ich würde sagen, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, war ja gutes Ausungmaß. Na, machen wir, machen wir dann gleich fertig. Ähm, so. Ich nehme jetzt erstmal noch ein paar Erdbeerchen mit. Erdbeeren! Mh, Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Erdbeeren sind was Tolles. So. Oh, Erdbeer-Quark ist auch total lecker. Also, wir wollten das ja hier erstmal fertig machen, ne? Habe ich ja jetzt gerade gesagt. Dann machen wir das hier mal weg. So, wo ist das Holz? Da. Ja, das passt ja hier perfekt. Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Kann das sein? Hoch. Ja, das müssen wir eins weiter runter machen. Wir müssen da auf jeden Fall daher dann auch die Erde wieder weg machen. So. Und hopp. Oh, das war alles zu hoch. Das ist auch ein bisschen nochmal blöd, dass man das so... Ähm, das ist so eine Höhle. Ähm, wie machen wir das dann jetzt am besten? Ich glaube, ich gehe mal runter. Oh. Autsch. So, machen wir das von unten vielleicht. Ja, jetzt bin ich direkt in eine Höhle gefallen, oder wie? Nein, da möchte ich jetzt aber nicht rein. Können wir dann immer noch, äh... Fertig machen. Ich möchte hier... Na, diese blöden, blöden... So, wo waren wir? So, aber... Wahnsinnig vorbereitet. Oh, ne, warte mal. Das war hier... Okay. Das heißt... Oh. Hier? Weiß ich jetzt gerade nicht. Gucken wir mal... Eben. Von oben. Ähm... Weg damit. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Äh, das ist eins zu niedrig. Da ist irgendein Fehler. So, jetzt ist der Fehler weg. Ich mach einem anderen mal eine Schaufel. Schaufel, Schaufel. Jetzt hab ich keine Stickies mehr. Stöckchen. Und ne Schaufel. Jep. So. Gehen wir hier mal drunter. Machen wir mal direkt hier diese komischen Erddinger. Hier weg, die wir da hingebackt haben. Oh, dann. Hä? Nein, nicht das. Oh. Ja, das klappt ja wieder super mit dem Laufen. Ähm. Ich frag mich jetzt gerade, oder wollen wir das hier... Ähm. Ja. Egal. Ähm. Wo fängt das dann jetzt an? Da unten. So, dann kommt hier mal die Säule hin. Hopp. Oh. Oh, die müsste eins weiter... Ja. Eins weiter rüber. Ja. Okay, den Rest machen wir dann von oben. So, dann ist hier eine Säule. Dann hätte ich gern hier eine Säule. Wo ist denn das? Hier. Ist das jetzt hier? Oh, ich hab's immer nicht so mit dem... Merkt man, ne? Wo man... Wo das Ding ist, wenn man von unten guckt. So. Ja, aber es sieht doch... Ja, hab ich gutes Augenmaß bewiesen, obwohl ich's nicht kann. Okay. Hopp, hopp, hopp. Hopp. So. Säule, Säule. Oh, Mensch. Es geht da noch einmal... Die machen wir hier noch ein bisschen weiter runter. So. Dann kommt... Würde ich sagen, hier noch einer hin. Da. Ha. Na. So. Erde mitnehmen. Hier noch. Hopp, 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 hopp. Hoch hinaus. Na. Oh. Das hat's ja gebracht, ja. Okay, dann machen wir's halt ab hier. Unser Holz geht aus. Ich glaube, wir brauchen so viel Holz noch. Das werde ich mal wieder dann ohne euch irgendwie machen. Wie sieht denn das jetzt aus? Komisch. Oder kann man das so lassen? Das sieht schon irgendwie gewählungsbedürftig aus, würde ich sagen. So. Hier. 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 Oh, so war das jetzt nicht verabsichtigt. Hopp. Können wir das hier wegmachen? Hopp. Und hopp. Ah, praktisch. Wo das auch noch? Und hier noch. So. Dann können wir das nämlich von da aus wegmachen. Da ist eine Mietze Katze auf dem Baum. Das hier oben stimmt auch. Ja, gar nicht. Die, die, die. So. Meine Playlist macht schon wieder komische Sachen. Sehe ich hier gerade. Die überspringt manchmal einfach irgendwelche Lieder. Stehe das nicht. Oh nein, haben wir das jetzt? Wir haben das falsch gemacht. Topper. Ja, das war natürlich wieder sehr schlau, gell? Manchmal ist der Überblick halt irgendwie nicht so von unten. wie man ihn gern hätte, wahrscheinlich. Oh, hopp, hopp. Das ist aber schnell erledigt. Schnell. Und wir haben eben Pfeile umgesetzt. Und. Okay, schummeln wir kurz. So. Die Erde mit. Und wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Nenn mal das Fleisch mit. Habe la. Musste ich doch glatt husten. Das stimmt hier auch nicht. Können wir das von der Seite her? Ja, ist super. Diese Lianen hier, ne? Die gehen mir auch auf. Ich kann sagen, echt ein bisschen auf den Keks. So. Nein. Da haben wir noch. Jawohl, ja. Na. Die Erde kurz wegmachen hier. Nicht runterfahren am besten. So. Jetzt können wir noch hier jeweils einen hoch tun. Oder generell einen hoch. Also so, dann außenrum. Ich habe ja sonst Angst, dass wir hier runterfallen. Ich gucke mal. Ich hole mir noch ein bisschen Holz. Gehen wir dann direkt nur ein Napping machen. Na, Bala. So. Holz, Holz, Holz. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Gar keins mehr. Hier und hier noch. Oh je. Oh je. Wie soll man denn damit unser Haus dann bauen? Ah. Das ist doch mal ein schöner Anblick hier. Ich mag den Sonnenuntergang. Oder nicht? Oh. Oh. Das war ein... Das war ein... Bis ich immer diesen Knopf finde, ne? Die Sonne verschwindet langsam hinter dem Horizont. Und das wird Nacht. Die Nacht, in der die Untoten auferstehen. schlafen. Okay. Schlafen. Schlafen. Hat auch niemand was gesagt, ne? Oh. So, wir können hier... Dann fahren wir hier nicht runter. Wie wär's denn damit? Mal hier noch eine K-Fackel ausstellen. Hier eine Fackel. Hier. Wir brauchen ja hier auch noch Holz, ne? Ich glaub, hier reicht es aber, wenn wir das so, äh... Na, nicht runterfallen. Hier reicht es, glaub ich, wenn wir das so machen. Oder? Würde ich sagen. Radikal. Und es geht das Holz aus. La 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 la. Hier auch noch? Oh. Ich hab ein Brett vor dem Kopf. Müssten wir aber hier den Bergenwissen abtragen. Hopp. Ja, so könnte das doch ganz cool sein, oder? Jetzt machen wir hier noch weg. Na. So. Oder? Mir gefällt zwar so diese Holz-Textur nicht so ganz, aber es ist in Ordnung, würde ich sagen. Vielleicht müssen wir uns einfach nochmal, äh... ein anderes Texturen-Paket besorgen. Oh ja. Höhlen-Sound. Oder einfach mal unser eigenes, weil ich finde, es ist oft so, dass man irgendwie in verschiedenen, ähm... verschiedenen Texturen-Paketen verschiedene Texturen cool findet. Also so geht's mir auf jeden Fall. Und hier. Deswegen... Deswegen... ist es vielleicht ganz cool, wenn wir da mal... nochmal gucken. Hier. Gut. Dann wäre die auch fertig. Schön. Und dann wäre ich mir... hole ich mir noch kurz die, ähm... Erdbeeren. Ich dachte schon, es wird schon wieder dunkel. Minecraft ist generell immer eher Nacht als Tag. Langsam geht uns der Platz aus. Oh, die mach ich noch schnell weg. So, und wenn ich die dann weg hab, dann... Oh, mach ich erst mal Aufnahmestopp. Und sag, äh... Bis... Na, es hat ja geklappt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.